Norddeutscher Rundfunk 2021 Man geht an den Steinstell, wir anfangen dass man mit dem Stein kommt einmal fort, zurück und... Voilà, der ist jetzt ab Der ist jetzt gelungen, sagen wir, das zweite Mal Am Pura-Fosse nach Zundig war ein Aufwiler aller Jörg Schiva über das Toll geschlagen Es ist eine Tradition, die die schon Jahre lang zusammen sammelt haben für das Fest und das Blossier vom Wettwarfen früher für die Schiva zu fabrieren Die Leute haben alles ihres Holzgold und werden Roland salber und vorhanden die Engel geschnitten Mit dem Wasser schneide ich das Holz runter Wenn das Holz gut ist, ist es gut schon auf Verlust wenn es die Nasse drin ist, die Maschinen gelassen dann haben wir schon viel gewonnen Der Unterschied mit den Maschinen gemacht waren meine, die sind zentriert und equilibriert und meine ist nicht equilibriert Es ist geschnitzelt, es ist unregelmäßig aber es geht auch Für uns Touristen am Ova der Barg-Nufläufer Die Schiva können sie im Dorfmusee auch in Ort Legand vom Schiva-Schlag und an Ausstellungen entdecken Hier haben die Schiva Gressa und Rolf und der famose Tron Troitour Musik ist sogar darauf gebroviert Tradition wird ein Kunstobjekt Das Ziel ist ein neues Publikum und das Überholter Fest zu erzielen Das ist jetzt auf die keltische Zeit 20 Jahre zurück und die Leute haben die Schiva geschlafen in dem wir im oberrheinischen Raum und überall, die meinen dassel wie Schiva-Bereich sind, wurden die Schiva geschlafen schon einmal In Offwiller geht es direkt so weit, wie man sich erinnern kann Aufwiller ist eine der letzten Gemeinden im Melsos von Schiva-Schlag immer noch viert Heute ist die Restrinreihe vom Dorf Dolstegla 2400 im Jahr und Staga Hier haben wir einen Platz, wie man an den Nesselbaum geht und dann fahren wir dort noch unsere 300-400 Staga und mit der Spitze müssen wir sie nicht Schiva und Staga alles notwendig für sich entspannen Zuerst müssen die Touristen und die Wohnungen in der Miege für ein Schiva-Park auf Robla und trotz Stiege und Wind von Zalaova Stierig bloßt sind viele Lied ums Fier und aufwiller geht es die Technik vom Schlau als Erbschaft widerscht Was hast du da gelernt? Ich habe es gelernt ich habe es gelernt auf dem Schlau denn die Handschel und leitere es war der weit krass wir müssen lernen für richtig den Stein und nicht dass die Disque rüber geht Das ist ein Fass-Tosch. Es gibt einen Fass-Tosch. Es gibt einen Fass-Tosch, aber es gibt viele Fass-Tosch. Das bedeutet, dass du zu vieles bist? Es gibt viele Fass-Tosch. Es gibt viele Fass-Tosch. Die Fass-Tosch. Das Haar-Tosch-Tosch. Der Fass-Tosch. Das Feier- und Funga-Wärme der Kerwe und das Herz noch die langen Wintermonaten. Die Scheiben, die im Himmel fliegen, sollen zu nach uns mora kommen und der Geld und der Beziehung machen. Wir sind jetzt doch sehr glücklich von hierher gekommen. Es ist hier eine besondere Amiens. Es ist im Wald, es sind viele hier. Man sieht, dass ein Geschicht hinter dran ist an dem Scheibenschlägen. Nun am Fest tun als Kinder die Scheiben im Wald aufheben. Sei es, dass die, die es am meisten finden in der Zukunft, die glücklichsten waren. Ist es wahr oder nicht, es ist schon das wenigste Mittel für miteinander, die Freiheit zu verlängern. Ich finde auch, dass es eine Tradition ist, die wir in der Zukunft immer noch hoch halten müssen.